Herzlich Willkommen zum Test heute von der Batterie Perch von Xplode. Er hat 16 Schuss, Effekthüll, 30 Meter, 20 Sekunden Brenndauer, 190 Gramm NEM und 25 Millimeter Kaliber. Es gibt kein Effektbild. Dann würde ich sagen, bis gleich zum Test. Ich muss sagen, es war eine schöne Batterie, auch wenn es geht, muss ich sagen. Dann tschüss, bis nächsten Mal. Ciao.